So, Tag Händerspern und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Autobahn-Polizei-Simulator. Ja, wir waren hier ja das letzte Mal stehen geblieben, bloß dann hat der Spieler gefließt. Und ja, wir können die mal loslegen. Und wir sollen dieses Mal Unfälle bearbeiten. Wir nehmen dieses Mal aber den anderen. Wir nehmen dieses Mal diesen Streifen an hier. So, und los geht's. Ja, ich hab's jetzt natürlich schon abgeändert und ich bin relativ zu viel gelaufen. Gut, glaub ich auch. Zentrale an Adler Moor 01, Achtung, Behinderung des Verkehrs durch einen Unfall mit Sach. Verstanden wir. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Norbert Moore, 1, Anzentrat, komme zur Wache. Untertitelung. BR 2018 Norbert Moore, 1, melden Sie sich. Untertitelung. BR 2018 Zentrale an Norbert Moore, 0,1, melden Sie sich. Cabela Sump 2, Anzentrat, melden Sie sich. Ich komme zur Wache. Cabela Sump 2, Anzentrat, komme zur Wache. Cabela Sump 1, Anzentrat, Einsatz beendet. Ja, da kann man nicht die Stoffe hin, wenn du drei Spuren auch noch mal. Bagel Sump 3, anzentraten Sie sich. So, ob sie sich. Zentrale Amt Norbert Moor 01, fahren Sie zur Wache Wald. Ich weiß nicht, wie mir eine Autobahn trage ist, ohne Kurven und drei Spuren, dann kann man richtig drauf stoppen. Zentrale Amt Kapella Sumpf 02, fahren Sie zur Wache Moor. Zentrale Amt Kapella Sumpf 01, fahren Sie zur Wache Moor. Zentrale Amt Kapella Sumpf 01, fahren Sie auf den Boden. Ui, hier haben wir eine Abküttung gefunden. 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 Ui, hier haben wir eine Abküttung. Ui, hier haben wir eine Abküttung gefunden. 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 Hey, es schwebt wieder, Echo. Es ist nicht wagen, aber es schwebt. Es schwebt wieder. Ein Trottel. Ja, die Konditionen sind schon gut. Jetzt kommen wir nach dem Motivationen. Auf der Konditionen. So, ja. Ich bin jetzt schon mit den Konditionen. So, ja. Ich bin jetzt schon mit den Konditionen. So, ja. So, ja. So, ja. Da steht auch die Konditionen. Ein Stichchen, genau da zu ihm. Ja, Kollege, ich kann mir sagen, der ist ganz schön schüttelnd. Ich bin ein bisschen schüttelnd. Ah! Ah! Ich habe mir es zufrieden. Sie sind hier. Ja! Ich bin hier. Wir haben hier einen schönen Tag. Ich habe hier einen schönen Tag. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Future, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Und aufbremst. Und aufbremst. April und Carbone Gegenstand. Und dann müssen wir dann auch so. So. Hm. Da ist immer scheppert. Inga. Damit krieg ich wirklich raus. Da ist immer geflüchtig. Er ist immer noch schminkant. Inga. Wie kommt der Gesinnbieter? Da ist immer noch schminkant. Wie kommt der Gesinnbieter? inda und glücklich. Bemfing und weniger. Damit wird das nächste Mal wieder更geklärt. Jetzt noch ein bisschen geflüchtig. Hier gibt es die Geschmacksträte. Hier ist die Schalte der 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 Hand. Ah, da kommen wir von uns wieder schon. Ja, da kommen wir von uns wieder an, da kommen wir von uns wieder an. Okay, das ist gut. 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 Okay. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Lächeln, da muss man sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 nicht geschädelt werden. Hat sich hier alles verboten? Krank. Die Flögel sind in der Flögel. Hier kommt verschwindet. Ich habe den Grund gefunden, ich wette, dass hier ausgelegen ist wegen diesem Kasten. Das war ein Pferd. Der fester ist hinein, das kriegt man immer klar, wo es geliebt, ne? Das soll die ja hören. Hierhin hatte ich mal die Klappe, jetzt muss ich leider nicht warten. Muss ich ändern. Ich muss mich wieder anpassen. Ich weiß nicht, was ich Dinamarca gehört habe. Ich bin einführer und ich bin jetzt sicher. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Ich kann es nicht mehr so, aber ich kann es nicht mehr so. Ich bin ein wenig. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich werde jetzt sagen, dass ich ausweichen muss, die Mieselkasten ist ja nicht. Das ist dieser Handlag, den wir holen wollen. Ja, wir gehen jetzt mal da nicht ganz so hart zur Sache. Das sieht aus, dass sie unschuldig ist. Die Mieselkasten ist in der Nähe des Mieselkasten. 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 Mit der Drohung der Spano. Schöpfer drauf. Eintrottel Ein Trottel Zentrale an Adler Amor, 01. Eile ist geboten. Es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten auf der A32 in Richtung A42. Gewährleistung wird erledigt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020